Was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass die Menschen lernen sollen, miteinander achtsamer umzugehen. Jetzt nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit den Tieren und mit den Pflanzen. Und im landwirtschaftlichen Bereich, wie es bei uns ist, ist es auch mit dem Boden. Das heißt, dass wir versuchen, nicht mit extrem schweren Maschinen auf den Boden zu fahren, sondern versuchen, mit leichteren Maschinen unterwegs zu sein. Aber auch Kontakt aufzunehmen mit dem Boden, mit dem Bodenlebewesen, mit den Pflanzen, die darauf wachsen und den Tieren.